Ich möchte das Buch da haben. Hoffentlich habe ich das jetzt nicht so doof da hingelegt, dass ich da nicht mehr drankomme. Ja, der guckt da hoch. Ich weiß, Junge, dann geh doch da mal hoch, bitte. Ich möchte das Buch haben. So geht's auch. Das war Skill. Nein, eigentlich nicht. Okay. Kann ich jetzt hier was machen? Nein. Da fehlt noch ein Buch. Das hier unten. Ich sehe halt die Buchrücken von den meisten nicht. Das ist nicht richtig. Dann mal wieder her. Ja, dann ist es das da. So, und dann haben wir noch das. Da haben wir nix. Dann hätten wir aber noch hier. Ich brauche was Grünes. Du bestimmt. Ah, ja. Ah, da ist ne... Wir spielen Indiana Jones. Wir nehmen jetzt ein Dupe mit. Also ein Ersatz für die Figur, die wir uns jetzt holen wollen. Gut, das ist jetzt eigentlich gespeichert. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Äh. Ich hänge am Geländer. Warum macht die Grandfather Clock das gerade? Kann ich die denn richtig hinstellen eigentlich? Ja, ich kann sie schmeißen. Ich meine hinstellen. Ah, ja. Ich mache dann automatisch. So. Was mache ich jetzt mit dir? Ich habe den mir jetzt geholt. Ich weiß aber gar nicht, wofür. Kann ich dich da jetzt erstmal hinstellen, weil ich möchte... Nein. Ich möchte ganz gern erstmal vielleicht da hoch gucken. Was soll ich denn da so haben? Da ist ein Hebel. Noch ein Hebel. Das ist schon ja so ein Auge. Ah. Wo ist die Figur vielleicht von oben? Wo ist die Figur vielleicht von oben? Wo ist ein Knopf? Wo ist es? Was soll ich denn los? Okay. Ist da noch ein Knopf? Ach, du Schande. Was macht... Ich muss alle Augen erwischen, oder was? Irgendwie sieht das noch nicht richtig aus. Ah, ich verstehe. Also mit dem Hebel stelle ich ein, welchen von den Dingern ich bewegen möchte, ja? Nee, den eigentlich jetzt gerade nicht. Nee. Und der. Okay. Ah, dafür brauche ich den Schlüssel. Ist das... Aha. Also das ist jetzt tatsächlich mehr so ein Rätsel. DLC. Oh, ist das gruselig. Alter. Ich weiß nicht, ob es gruseliger ist mit oder ohne Licht. Ich glaube ohne. Ich habe ein bisschen Angst, dass das passiert, was letztes Mal im Ende... dem Hauptspiel passiert ist, dass das jetzt bitte hier reingeschossen kommt. Alter. Nee, im Gottes Willen. Ich wollte erschleichen. Ich bin jetzt gerade sehr unsettling hier. Ich mag das nicht. Ich mag das ganz und gar nicht. Warum haben da welche keine Köpfe? Warum sind hier so viele Knöpfe? Warum hat sich das gerade gereimt? Das war gar nicht beabsichtigt. Ich weiß nicht. Wo steht jetzt alle drücken? Alter, diese Bilder, ne? Oder darf ich nur die drücken, wo auch drüben in dem Raum waren? Als Bilder. Aber ich sehe nicht alle. Also ich erkenne nicht alle. Aber da sehe ich schon mal dieses hässliche Baby. da. Halt mal so. Also das ist der alte Mann und das hässliche Baby. Ich glaube der oder der da oben war da. Die Tante. Nein, ich muss da drüben nochmal gucken. Also den habe ich nicht gesehen. Ich glaube den habe ich gesehen. Die, das. Die habe ich nicht gesehen. Den habe ich gesehen. Und den fetten da habe ich gesehen. Aber das. Das da habe ich glaube ich nicht gesehen. Jetzt muss ich auch nochmal gucken. Oder ich darf nur die drücken, die nicht hier dran sind. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Äh. Hm. Gut, mehr wie sterben können wir ja nicht, ne? Also. Den habe ich nicht gesehen. Den habe ich gesehen. Ich meine, die habe ich gesehen. Das da. Oh nein, die nicht. Ich kann gar nicht sehen, wo die Knöpfe sind. Das wird ja immer besser. Alter Schwede. Ich brauche nochmal ein Duop, oder? Da war es auf dem Tisch. Sieht so verdächtig aus. Was ist das denn? Ah. Da ist eine Flasche. Nimm doch mal die Kackflasche hier. Genau. Das wird ja immer besser. Okay. 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 Ich gehe mal davon aus, ich mache auch wieder so ein Holz, so eine Holzfigur als Ersatz. Es ist die Frage, ob in dem Raum eine steht. Die sind alle Porzellan oder kopflos. Da komme ich nicht rein ohne den Schlüssel. Ich gehe nicht rein, ich gehe nicht rein. Also ich bezweifle, dass ich das da mitnehmen kann. Deswegen lassen wir das jetzt mal noch stehen. Ach, der kann auch müde werden. Bei Six war das aber glaube ich nicht so. Mit der konnte ich unendlich lange ran. Glaub ich, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Das Problem ist nur, wie soll ich denn da hinkommen? Die sieht mich doch gleich. Ich bin nicht so sicher. Ich bin nicht so sicher. Ich bin nicht so sicher. Da kann ich das Licht ausmachen. In dem Raum. Ich bin nicht so sicher. Ich bin nicht so sicher. Ich bin nicht so sicher. Ich glaube, ich komme aus dem Raum gar nicht mehr raus. Es ist eine Tür zu. Bin ich? Ah, ich lache gerade. Kann ich die Vase umwerfen? Soll man nicht. Irgendwo anders hin. Ich habe ganz vergessen, dass hier der Kamin, ich dachte, was leuchtet denn da rot? Hm. Der springt da nicht. Ich versuche halt mal, ob ich da ans Regal vielleicht komme, um zu hoch zu klettern. Scheinbar nicht. Also hier auch nicht. Hier irgendwie auch nicht. Okay, ich habe noch den Raum. Eine verschlossene Tür, die ich nicht aufkriege. Habe ich irgendwas übersehen, zufällig? Da kann ich nicht hochklettern. Ah, mein Daumen ist schon wieder ganz schwarz. Jetzt. Ich brauche einen anderen Controller. Beziehungsweise einfach nur einen Überzug für den... ... 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 Was mache ich denn jetzt? Ich komme doch da irgendwie hoch. Aber wie? ... Der hält sich da zwar fest, wenn ich da hoch springe, aber er... Ah, jetzt. Kann ich da hochklettern? Aua. ... ... ... ... ... Okay. Warum klettert er manchmal hoch und manchmal nicht? Ich komme noch da hoch. Nee, der hält sich hier definitiv nicht fest. Wohan erkenne ich denn, ob ich an einem Regal hochklettern kann oder nicht? Okay.